Andrea Nahles hat kürzlich das Tarifeinheitsgesetz vorgestellt. Viele Menschen sind der Meinung, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist, weil es die Rechte von kleinen Gewerkschaften einschränkt. Schauen wir uns einmal an, was wäre, wenn so ein Gesetz für den Bundestag als ein Politikeinheitsgesetz gelten würde. Durch dieses Gesetz würde die Partei mit den meisten Stimmen bei der Bundestagswahl allein nicht bestimmen dürfen. Auch wenn alle anderen Parteien zusammen mehr Stimmen hätten. Die Abgeordneten anderer Parteien dürften natürlich weiter in den Bundestag kommen und pro Gesetz einmalig ihre Meinung äußern. Mitstimmen dürfen sie aber nicht. Gesetze beschließen darf jetzt nur noch die Mehrheitspartei. Sie ist nun die Bestimmerpartei und kann alle Gesetze erlassen. Ob das sinnvoll ist, um gute Politik zu machen, kann der Bestimmerpartei egal sein. Denn mit einem Politikeinheitsgesetz wird es erst wieder eine neue Bundestagswahl geben, wenn die anderen Parteien ein eigenes Gesetz beschlossen haben. Aber genau das können sie nicht. Die Wähler der kleineren Parteien sollen aber nicht traurig sein, weil die Gesetze der Bestimmerpartei auch für sie gelten. Wenn wir für die Bundestagswahl so ein Politikeinheitsgesetz hätten, dann wäre die CDU die Bestimmerpartei. Die SPD, also die Partei von Andrea Nahles, wäre noch im Bundestag, dürfte aber nicht mehr beim Gesetze machen mitwirken. Klar, dass die SPD dann Mitglieder verlieren würde. Wie alle Parteien. Warum sollte man auch Mitglied in einer Partei sein, die keine Gesetze mehr machen kann? Andrea Nahles könnte die Bundeskanzlerin dann fragen, ob sie noch Ministerin bleiben darf. Aber was wäre wohl die Antwort? Wenn Frau Nahles jetzt also ein Politikeinheitsgesetz machen würde, hätte sie nach der nächsten Wahl keinen Job mehr. Ihre Partei wäre pleite und die CDU müsste sich nicht mehr mit den kleinen Parteien befassen, wozu dann auch die SPD zählen würde. Zurück zum Tarifeinheitsgesetz. Das könnte förderlich für die Demokratie sein, das denkt zumindest im Moment Frau Nahles, weil es gut ist, wenn die Mehrheit bestimmt. Für immer? Wir glauben das nicht. Denn Minderheiten und kleine Gruppen sind wichtig und sollten einheitliche Rechte haben. Wir glauben, dass Demokratie auch der Schutz der Minderheiten ist und nicht nur der Wille einer Mehrheit. Und genau deshalb darf es auch kein Gesetz zur politisch erzwungenen Tarifeinheit geben.